Das wichtigste Video für alle Fotografen und Filmmacher da draußen. Wenn dieses Video verstanden hast und diesen Fehler vermeidest, du willst auf jeden Fall schon um Weiten länger sein und weiter sein als die meisten anderen da draußen. Gehen wir mal darauf ein, was ich meine und zwar direkt ist es Content Marketing. Content Marketing, organische Sachen für Fotograf, Filmmacher machen keinen Sinn. So, Content Marketing macht keinen Sinn. Was versteht man alles darunter? Natürlich erstmal so, ja, Beiträge, die man verfasst, Instagram Postings, jede Woche irgendwelches vom Shooting nochmal teilen, Instagram Reels, TikTok, Blogbeiträge, YouTube Videos. Das alles macht für einen Fotografen oder Filmmacher keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, deswegen nicht machen. Aber wir gehen nochmal darauf ein, weil mit Sicherheit die meisten, die jetzt gerade hier zuschauen, die machen das und denken, ja, das ist doch cool, wenn man das, organische Reichweite, dann kriege ich ja ein paar Anfragen darüber und dann ist ja alles Taco. Aber warum das alles für einen Fotografen, Filmmacher keinen Sinn macht, kannst du dir wahrscheinlich selber beantworten. Weil wie lange machst du das jetzt schon? Wie lange machst du dieses Content Marketing? Und was hat es dir bisher gebracht? Nahezu nichts. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe darüber schon ein paar Anfragen gewonnen, dann ist das schön für dich. Die Frage ist aber, wie viel steckst du da rein? Wie viel Zeit steckst du da rein? Und was kommt raus? Und das ist halt nahezu nichts. In gewissen Bereichen macht das Sinn, ja, aber nicht in der Fotografie oder Firmemacherei. Das macht zum Beispiel Sinn für Coaches, ja. Wenn man jetzt ein Coach ist, wenn man jetzt ein Influencer ist, dann macht das Sinn, ja. Das heißt zum Beispiel für mich, für mich als Coach macht das Sinn, für mich macht es Sinn, jetzt gerade ein YouTube-Video darüber aufzunehmen und das nach außen zu tragen. Warum? Weil bei einem Coach ist das Problem, dass die Leute erstmal Vertrauen aufbauen müssen, ja. Großes Problem ist Vertrauen. Leute sehen meine Werbeanzeigen, Leute tragen sich bei mir ein, kommen zum Beratungsgespräch und dann ist die Frage, ist das, was der Edmund macht, wirklich echt? Und dann geben sie mich bei Google ein, geben ich bei YouTube ein, vielleicht schaust du dieses Video genau deswegen gerade und damit mit dem Video baue ich Vertrauen auf, ja. Okay, das, was der Edmund sagt, macht Sinn, ist klasse, funktioniert, super. Dieser Vertrauenaufbau, das brauchst du als Fotograf nicht, weil als Fotograf schaue ich mir das Portfolio an und kann mich sofort hineinversetzen, hey, ist dieser Stil, ist diese Qualität etwas für mich? Gefällt mir dieser Bildstil? Und dann kann ich das auf mich anwenden, zu gucken, wenn ich jetzt die Person wäre oder wenn er mein Produkt shooten würde oder wenn er meine Hochzeit shooten würde, würde mir das vom Bildstil gefallen. Da brauche ich aber nicht Videos, die mir das zeigen können, ob das vertrauenswürdig ist. Das brauche, brauchst du als Fotograf oder Firmemacher nicht. Gehen wir auf den ganz großen Thema Blog ein. Warum schreiben viele Blogs? Die denken ja, okay, über SEO, dann werde ich über SEO gefunden und dann tragen sich die Leute bei mir ein. So, was machen zum Beispiel viele Hochzeitsfotografen? Die schreiben mir viele Blogs und auch auf der Webseite, wo sie hinschreiben, das perfekte Brautkleid, die perfekte Hochzeitsablauf und so weiter und so fort und hoffen dann, wenn jemand jetzt ein Hochzeitsplant und so was, dass er dann über die Webseite stolpert und dann, ah cool, so ist der perfekte Hochzeitsablauf und stimmt, ich brauche ja noch einen Hochzeitsfotografen, dann buche ich den gleich mit. Wird aber so in der Realität nicht funktionieren, tut mir leid, weil die Leute über diese Bande erstens nicht dann denken, oh, Hochzeitsfotografen könnte ich jetzt auch gebrauchen, wenn sie jetzt, sage ich mal, für den perfekten Hochzeitsablauf sich gerade informieren. Außerdem, auf diese Idee kommt nahezu jeder Hochzeitsfotograf da draußen, also wenn du jetzt gerade anfängst, einen Blog zu schreiben, dann herzlichen Glückwunsch, du bist Nummer 3.500.000, da wirst du auch nicht drunter ranken. Also bei aller Liebe, dann wirst du in der Form nicht funktionieren. Und vor allen Dingen, das Wichtigste überhaupt, du verbringst Zeit mit Sachen, die nicht für dich sind. Du bist nicht dafür da, Texte zu formulieren, du bist nicht dafür da, Texte zu schreiben und Beiträge zu schreiben für einen perfekten Hochzeitsablauf, wenn du Hochzeitsfotograf bist. Das macht keinen Sinn. Nicht machen. Du verschwendest keine 3, 4, 5 Stunden in der Woche, um jede Woche einen neuen Blogbeitrag rauszubringen, um irgendwie organisch zu wachsen, damit Leute den perfekten Ablauf sich merken, aber dann das Shooting nicht nehmen. Das macht keinen Sinn. Mach lieber, dass du sofort die Stunden darin investierst, sofort Kunden zu gewinnen, anstatt über Bundle spielen zu wollen. Aber gut, das erstmal dazu. Kurzer Punkt erstmal. Warum kann ich dir das überhaupt sagen? Weil wir bisher schon mit über 300 Kunden zusammengearbeitet haben. Fotografen, Filmmacher und nahezu jeder schon irgendwas in diesem Bereich gemacht hat. Ja, die Kunden, meine Kunden tragen sich bei mir ein, weil sie jeden Tag auf Instagram Postings machen mit, ja, heute wieder da auf dem Shooting, hier dieses Gewinnspiel, hier wieder tolle Shooting gehabt, aber da kommt fast nichts bei rum. Deswegen haben sie sich bei mir eingetragen, weil es nicht funktioniert. Es gibt Leute, die machen viele Produktvideos oder so, weil sie Bruttoverkäufer sind oder Hochzeitsvideos, wie das perfekt Ablauf ist. Aber auch über YouTube wirst du deine Brautpaare und so weiter nicht dazu bekommen, ein Shooting bei dir zu buchen. Das wird sich vielleicht höchstens ein anderer Fotograf anschauen, aber das macht auch keinen Sinn. Blog, es gibt genügend Kunden, die die ganze Zeit irgendwelche Blogbeiträge schreiben, und dann nach jahrelang, also das macht man ja nicht, diese Sachen, diese organischen Sachen macht man ja nicht nur eine Woche, jahrelang Blogbeiträge geschrieben haben und dann zu mir geschrieben haben, ey Edmond, ich brauche unbedingt Hilfe, ich habe seit vier Jahren hier Blogbeiträge geschrieben, kommt nichts bei rum. Ja, großer, großer Fehler, auch nicht machen, keinen Blogbeitrag machen. Und jetzt, wir gehen noch sehr viel tiefer darauf ein, ich erkläre jetzt noch mehr im Detail, aber wenn jetzt noch so, oh Edmond, ob ich das jetzt glauben soll und vertrauen soll, dann frag dich mal selber, ja, nenn mir nur einen, nenn mir nur einen Fotografen oder Filmemacher, der durch regelmäßigen Blogschreiben, Instagram-Postings, YouTube-Videos regelmäßig seine Kunden gewinnt. Nenn mir nur einen, ja, nenn mir nur einen Hochzeitsfotografen, der das macht und darüber Kunden gewinnt. Nenn mir nur einen Porträtfotografen, der das regelmäßig macht und darüber Kunden gewinnt. Es geht mir nicht darum, ja, ich habe mal ein oder zwei, wo das passiert mal einmal alle zwei Monate, darum geht es nicht. Das passiert mal, kann das sein. Aber, es geht um Regelmäßigkeit, du willst ein planbares Geschäft haben, da kannst du nicht über Jahre versuchen, das alles aufzubauen und nur alle zwei Monate mal eine Anfrage bekommen und mal gucken, ob es da auch noch was wird. Das ist viel, viel, viel zu wenig. Wie gesagt, ich habe mit so vielen Leuten zusammengearbeitet und wir sind jeden Tag mit 10, 20 Fotografen im Austausch. Es gibt nicht einen, es gibt nicht einen, wo es dieses Content-Marketing funktioniert. Ja, nicht einen. Es funktioniert nicht. Es gibt ja auch viel andere Coaches da draußen, ja, der eine Predigt so, der andere Predigt so, man muss gucken, was für sich das Beste. Es gibt auch andere Coaches, die draußen halt drauf pochen, hey, du musst live gehen, du musst immer mit deiner Community interagieren und du musst halt, ja, immer vor Ort sein. Nenn mir nur einen Fotografen auf Film machen, der durch ständiges Live-Gehen Kunden generiert, langfristig. Wie gesagt, das macht Sinn als Coach. Also für mich würde das Sinn machen, live zu gehen. Für mich würde es Sinn machen, YouTube-Videos zu drehen, weil ich darüber Vertrauen aufbaue. Dieses Vertrauen brauche ich aber als Fotografer oder Filmemacher nicht. Gehen wir weiter. Wenn du jetzt Fotografer oder Filmemacher bist, und wir nehmen mal ein anderes Beispiel, wenn du jetzt mit Sicherheit vielleicht hast du schon mal eine Hochzeit oder du kannst dir zumindest vorstellen, dass du mal eine Hochzeit haben wirst und wie der Ablauf ist. Und natürlich gibt es auch viele verschiedene Anbieter, wie zum Beispiel der Friseur. So, der Friseur, der ist an sich so ähnlich wie ein Fotograf, ist ein Dienstleister, den benötigt man für die Hochzeit, aber das ist jetzt nicht jemand, dem du folgen möchtest. Den buchst du einmal, dem Friseur, gerade jetzt für die Frauen, macht dann eine schöne Frisur und dann war es das nach der Hochzeit. Du möchtest nicht regelmäßig danach sehen, wie sie die Frisur macht, du möchtest nicht auf Instagram sehen, auf welcher Hochzeit sie dieses Wochenende ist, du willst nicht auf TikTok sehen, wie sie da irgendwelche Tänze macht, um neue Frisuren zu machen, das willst du alles nicht sehen. Du machst es einmal und dann war es das. Das selbe Spiel ist auch mit einem Fotografen der Fall. Die meisten Hochzeitspaare, die buchen den Fotografen einmal, das ist für die meisten sogar das erste Shooting, was sie überhaupt jemals hatten und dann war es das. Die wollen dem Fotografen nicht langfristig folgen, die wollen nicht langfristig neue YouTube-Videos vornehmen sehen, die wollen nicht regelmäßig auf Instagram andere Hochzeitspaare sehen. Es ist immer nur mit dem Hochzeitshooting ein Beispiel, weil es für die meisten am greifbarsten ist. Aber das ist für jeden Fotografen, aber für jeden Macher dasselbe. Ob du jetzt Hundefotograf bist und regelmäßig Hunde fotografierst, ob du jetzt eigentlich Tour-Fotograf bist, ob du jetzt Portrait-Fotograf bist, du machst das einmal für die Leute und dann war es das erst mal. Natürlich können sich Folgeprodukte entwickeln, natürlich ist es so, dass man ein Portrait-Shooting macht und dann vielleicht nach zwei Jahren wieder eins, dass man Hochzeitshooting macht, danach vielleicht Familienshooting, dann vielleicht Babybauch-Shooting und so weiter. Das ergibt sich, aber in dieser Zwischenzeit der Monate und Jahre werden sie dir nicht folgen. Und wer dir eigentlich folgt auf Instagram sind Freunde und Familie, dafür kannst du es auch gerne teilen und machen, aber denke nicht, dass du durch die regelmäßigen Posten deine Kunden gewinnst. Brauchst du nicht. Es werden dir auch hauptsächlich andere Fotografen für Macher-Time folgen, weil sie deine Sachen, die du teils cool finden, aber wie gesagt, dadurch wirst du dann halt andere Fotografen für Macher anziehen, die werden aber nicht regelmäßig, die werden ja nicht deinen Kunden sein, also das sind ja nicht deine Zielkunden. Macht keinen Sinn. Jetzt gehe ich dir mal schon mal ein Beispiel mit, wie man es besser machen kann und zwar, wir machen hier ja explizites Online-Marketing mit unserem Kunden. Wie ist jetzt dieser Fall? Dieser Fall, wie die Leute halt Content-Marketing nutzen. Sie denken, okay, mit den Followern, die ich jetzt habe, die sehen meinen Beitrag, die sagen, hey, das ist cool und die buchen dann. Ja, Beitrag und dann hier buchen. Wird aber nicht passieren, weil wie gesagt, die Leute, die den Beitrag sehen, das ist halt Familie, andere Fotografen, Videografen, Videografen und die buchen halt nicht. Ja, und deine Reichweite, die organisch ist, ist halt so niedrig, gerade am Anfang, wenn es halt 20, 30, 40, 50 Leute sehen, macht keinen Sinn. So, wenn wir jetzt Online-Marketing machen und ganz gezielte Beiträge an, wenn du jetzt zum Beispiel, gehen wir auf das Beispiel der Hochzeitsfotografie, weil es greifbar ist, direkt nur an Brautpaare ausstrahlst, und nur Brautpaare das sehen, ist es natürlich viel wahrscheinlicher, dass die dementsprechend auch buchen und dann war es das aber. Ja, die buchen, es war ein geiles Shooting und zack, dann kannst du es ausstrahlen an die Nächsten. Was die Leute aber hier oben glauben, wenn sie dann organische Reichweite machen, ja okay, dann folgen die mir und dann bleiben die bei mir, das wird nicht passieren. Natürlich gibt es da hin und wieder welche, die dann, die auch wirklich dann per Instagram folgen und sowas, aber das ist in Masse nicht genug und das ist in Masse auch nicht, dass das halt langfristig die neue Kunden bringt. Das macht keinen Sinn. Kommen wir jetzt auch erstmal auf den Ursprung. Woher kommt denn jetzt erstmal dieser Glaube, dass man das machen muss? Zum einen gibt es natürlich da draußen viele Coaches und Influencer, die das vorleben, wie zum Beispiel auch Peter McKinnon, kennen wahrscheinlich die meisten da draußen, ein sehr berühmter Influencer und YouTuber aus Amerika, der Filmemacher ist und er zeigt auch richtig coole Sachen als Filmemacher, aber er ist im Primär, ist er kein Filmemacher, sondern primär ist er Influencer und Peter McKinnon gewinnt über ganz viele verschiedene andere Sachen sein Geld, über Kurse, über seinen eigenen Merch, den er verkauft, über seine YouTube-Einnahmen und so weiter und so fort, aber er ist Influencer, er ist kein reiner Filmemacher. Das verstehen die Leute nicht. Dann gibt es natürlich andere Coaches, die das sagen, die das so halt organisch Reichweite machst und natürlich tut man dann was und es fühlt sich auch gut an, wenn man erstmal irgendwie etwas tut, weil man denkt, okay, ich tue etwas für mein Unternehmen und man sieht ja durch die neuen Blogbeiträge und durch die neuen Beiträge, die man macht, Likes passieren, viele Leute liken lassen, man kriegt einen Dopaminausstoß, hey, andere Leute finden das cool, was ich mache, die schreiben coole Kommentare, vielleicht kommt auch irgendwie alle drei Monate oder alle halbe Jahre mal ein Auftrag darüber, funktioniert ja, ich muss nur noch mehr machen, aber du musst jede Woche, jeden Tag Postings machen, Beiträge verfassen, dir Inhalte überlegen, um die zu posten, was viel zu viel Kraft, Zeit und Energie kostet für das, was du rausbekommst. Weil es gibt da draußen nicht einen, wo es massiv so reinknallt, dass das wirklich was bringt. Und das muss dir schon auf jeden Fall wahrlich zu denken geben, ob du das dann so weitermachen willst, weil du verschwindest damit nur Jahre deiner Zeit. Es wird nicht funktionieren. Also bringen wir es nochmal auf den Punkt. Wenn du, das mache ich auch viele, weil viele haben am Anfang auch kein Budget, viele haben kein Geld, um das in Online-Marketing zu stecken, viele haben auch kein Geld, um das vielleicht in ein höherwertiges Coaching zu packen, hey, alles gut. Kann ich verstehen, dass man dann versucht, okay, dann mache ich irgendwie etwas und dann poste ich was und dann fühle ich mich gut, weil ich habe ja was getan. Es wird aber so, wie gesagt, in der Form nicht funktionieren. Was du dann lieber machen kannst, ist, geh direkt auf die Leute zu. Du kannst im B2B-Bereich direkt die Leute kontaktieren, du kannst eher direkt nach Empfehlungen fragen und Leute, mit denen du schon Shootings hattest, direkt nach Empfehlungen fragen. Du kannst Leute direkt anschreiben. Alles, was irgendwie proaktiv auf eine Person, sobald schon Kontakt herrscht, hast du viel schnelleres Feedback, anstatt nur zu hoffen, hey, ich schmeiße einen Beitrag in die Welt raus und hoffentlich beißt irgendwer da bei diesem Beitrag an. Das wird, wie gesagt, nicht funktionieren. Das alles macht Sinn als Coach, Influencer, alles, wo man Vertrauen aufbauen muss. Da kann man wirklich regelmäßig etwas posten, da macht das wirklich Sinn. Aber auch hier, mein YouTube-Kanal baue ich jetzt seit vier Jahren auf. Meine Abonnentenanzahl ist immer noch sehr, sehr, sehr gering dafür, geht langsam Stück für Stück vorwärts. Ich mache es trotzdem regelmäßig und es kostet auch verdammt viel Zeit, auch dieses Video wirklich so aufzubereiten, dass es jeder versteht und aufzunehmen, kostet verdammt viel Zeit, bringt mir aber was, weil die Leute checken, ja, Vertrauenaufbau funktioniert. Bei einem Fotografen brauche ich das nicht. Du kannst die meisten meiner Kunden gewinnen mit einem Beitrag und einem Bild. Auch paradoxerweise die Filmmacher, die einen Imagefilm bewerben, wo man denken würde, okay, mit einem Film bewerben würde mehr Sinn machen. Auch die gewinnen mit einem Bild und einem Beitrag ihre Anfragen. Paradoxerweise aber funktioniert. Ein Bild reicht, damit die eine Anfrage stellen, weil wenn du Brautpaar bist, ja, wie gesagt, weil es einfach zu verstehen ist, du Brautpaar bist und suchst einen Hochzeitsfotografen oder du suchst noch nicht mal einen Hochzeitsfotografen, sondern bist in den Hochzeitsvorbereitungen, dann checkt der Algorithmus, hey, Brautpaar, hier, ich habe einen Fotografen, strahlt diese Werbeanzeige aus, Brautpaar sieht das, das stimmt, brauche ich ja noch, klicke ich drauf, stelle erst mal eine Anfrage, bevor es zur Buchung geht. Das war es schon, das war schon die ganze Journey, du hast den Kontakt, kannst anrufen und fertig. Das geht auch viel schneller, weil du kannst sofort, wenn du halt dementsprechend Werbeanzeige ausgibst, sofort Feedback von dem Markt sofort wiederbekommen. Bei dem Posten davor ist es ja nur so ein Hoffen, dass das die richtigen Leute sehen, hoffen, dass mal jemand anbeißt. Hier hast du sofort Feedback vom Markt, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Es fällt viel schneller, weil du schon alleine mit 10 Euro Tagesbudget knapp 1000 Leute erreichst. Das erreichst du mit deinen Beiträgen so in der Form nicht so schnell. Und wenn du halt eine gewisse Reichweite hast, dann sind das halt, wie gesagt, Familie, Freunde, Foto- oder Videografen, die das nicht benötigen, die das nicht buchen werden. Die liken das dann und wird das wieder anderen Fotografen ausgestrahlt und so weiter, alles Kokolores. Jawohl, ich hoffe, ich konnte dir auf jeden Fall das ein bisschen näher bringen. Es wird, wie gesagt, nicht funktionieren. Es tut mir immer wieder weh, Leute zu sehen oder andere Fotografen zu sehen, die wirklich da fest dran glauben und Monate, Jahre lang nicht von der Stelle kommen, weil es das wird dich nicht vorwärts bringen. Es bringt rein, gar nichts, die jeden Tag irgendwelche Postings machen von wegen, hier, guten Morgen, ich habe wieder dieses Shooting oder irgendwelche Bilder oder sowas posten. Es wird einfach nicht funktionieren. Du kannst mir jetzt glauben, ich packe auch einfach mal in die Beschreibung einen Link von einer Playlist von mir, wo ich meine Kundengespräche führe, wo andere Fotografen zu mir gekommen sind, weil sie gesagt haben, hey, das funktioniert nicht. Wenn du nicht primär dann mir noch nicht genug vertraust, dass du denkst, hey, ob ich dir nicht mal jetzt vertrauen kann, das sagt er erst mal in einem Video, dann glaubt den anderen Fotografen, die das schon vorher gemacht haben, weil die anderen Fotografen haben schon jahrelang diese Beiträge geschrieben, die haben schon jahrelang die Postings gemacht und die sind dann gekommen, weil sie gesagt haben, scheiße, ich habe jetzt jahrelang das gemacht und es ist nichts passiert. Also bitte, schau dir, wenn du hier noch nicht damit zufrieden bist, die Videos mit dem Anhang an, dann wirst du es noch mehr verstehen. Wenn ich damit nur ein paar Fotografen, Filmemacher jetzt dazu bewegt habe, keine regelmäßigen Blogs zu schreiben, keine regelmäßigen Postings jeden Tag zu machen, dann hat das Video auf jeden Fall schon geholfen. Wenn du aber auch schon weiter bist, Budget hast und sagst, hey, ja, okay, habe ich verstanden, ich weiß aber nicht, wie ich hier richtige Werbeanzeigen schalte, um richtige Kundenanfragen zu gewinnen, dann teile ich auch gerne für ein kostenloses Erstgespräch bei uns ein, dann zeigen wir dir natürlich, wie das funktioniert unter www.adbookindustriese.de Folge uns der Funktion. Bis dann.